Wir machen es anders. Wir gehen nochmal dahin und springen dann da runter. Ne, 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 bleib schon weg. Du bleibst hier weg, als Maul. Komm, gib noch mehr Blut her. Ist da einer gespawnt? Das ist ja interessant. Tschüss. Das ist ja richtig interessant. Tschüss. Ne, ne. Ne, ne. Komm, lass. Shit, schnell. Autsch. Na, schnauze, ich geh jetzt hier weg. Ich geh, tschüss. So, als Maul. Okay, wir springen jetzt da runter. Wir springen da runter. So, was war das denn? Na, als Maul. Mit einem scheiß Feuer. Ne, ne. Ich geh jetzt einfach hier runter. Tschüss. Da habt ihr. Da hast du. Ne, ne. Ha. Da sind noch mehr. Autsch. So viele, ernsthaft. Hab keine Ausdauer, verdammt. Keine Ausdauer. Boah. Ha. So, da habt ihr. Komm schon, komm schon. Ah, eine Rune. Schön. So. Bringt mir aber momentan nix. Da es ja nicht erklärt wird, wie man das einsetzen kann. Okay, schön. Wieder ein bisschen Notfallblut. Okay. Geil. Das ist ja schön. Na, schön. Ein bisschen vorsichtig. Ich möchte ja unbedingt. Das Tor da öffnen. Das wäre eine bessere Abkürzung. Jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Yes. Keiner von denen hat das bemerkt. Perfekt. Wir haben die Abkürzung. Yay. Nice. Jetzt können wir dann als nächstes hier durch. Oh shit, der kommt. Oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit. Da drüben liegt noch Lot. Mensch, geh hier durch. So. Wir müssen die nicht unbedingt töten. Nicht jetzt. Es, wenn wir stärker sind. Äh, shit hat mich so ein Visier. Nicht gut. Gar nicht gut. So, dankeschön. Liegt hier noch Lot? Ist hier noch Lot irgendwo? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Nee. Nee, nee. Okay. Äh, wo ist denn der andere jetzt hin? Da ist der, okay. Hm. Na schön. Tschüss. Macht's gut. Ich geh jetzt mal hier lang. So. Tralali, tralala, tralalo. Okay. Das ist ja einladen. Und die sind gerade gespawnt. Da hat man's gesehen. Das ist auch noch so einer toll. Den will ich ja nicht ungern wecken. Okay, soviel dazu. Toll. Jetzt läuft der hier rum, ernsthaft. Wow. Ja, shit. Und ich hab so wenige Molotows. Äh. Shit, ich bin angekesselt. Ich bin angekesselt. Nicht gut. Shit, der kommt wieder runter. Okay, der geht wieder zurück. Na schön. Nee. Du musst weg. Du musst weg. Nee. Ich will das echt auch tun. Hm. Toll. Hat nicht geklappt. Ja, und dann ist auch noch so lange gestunt. Ja, das war scheiße. Hm. Okay. Ich bin angekesselt. Ich bin angekesselt. Ja, ich bin angekesselt. Ich bin angekesselt. Puh. Nee, geh mal weg. Hat der Lut. Geh mal weg, du Stück Dreck. Ich bin angekesselt. Ja, schön. Ah, schön. Ein paar Fiolen. Nice. Perfekt. Oh, der hat eine Truhe bewacht. Das ist ja schön. Hä? Bekomme ich da Blut zurück? Hm. Okay. Aha. Bringt das was? Jetzt. Jetzt geht das los. Hast du geschmissen? Hä? Au, tschau, 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 tschau. Autsch. Natürlich treffen die nur. Ihr scheiß Cheater. So. Mann, Mann, Mann. Okay. Ist ja gleich Boss-Time. Sieht so aus. Hm, hm. Eine Lampe wäre schön. Eine Lampe wäre fein. Huch. Na, warte, warte, blatt hier. Schön. Äh, was ist das? Was bewegt sich da? Okay. Da ist nix. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier? Äh. Okay, da oben ist etwas. Ähm. Boss-Time. Sieht so aus. Hat hier eine seltsame Atmosphäre. Ja, ich wusste es doch. Die Hexe von Hemvik. Ich hab's gewusst. Oh, das ist so einer. Pff. Okay. Das ist alles. Hm. Hat nicht geklappt. Okay, du bist also die Hexe. Warte, ich werde mal was versuchen. Hm. Und grob ist es nicht. Das hier. Okay, weiss ich sonst hier. Gut. Ach nein, ich hoffe, das ist nicht unsichtbar. Ich hoffe, das ist nicht unsichtbar. Ich hoffe, das ist nicht unsichtbar. Ich hab hier die Schritte gehört. Okay. Moment, ich hör sie. Über uns. Da bist du. Ohne das. Du blöde Kackhexe. Nein, dann geh mal weg. Was denn, Mist? Näh, näh. Du bist jetzt sehr aggressiv, oder was ist hier los? Ja, sieht so aus. Ist nicht mal amarschig. Oder? Na, soviel dazu. Hm. Okay, der war jetzt irgendwo hier. Da bist du. Komm her, du blöde Hexe. Okay, also wenn das alles ist, dann ist die ja echt lächerlich. Wenn das ja wirklich alles ist. Okay, der ist ja drüben. Irgendwo hier. Okay. Wow, das ist ja... Sind wir wieder da? Nee. Okay, ich bin gerade echt sprachlos. Ja gut, noch nichts sagen. Erst abwarten, ob im Moment die wirklich besiegt ist. Mal abwarten. Da bist du. Boah, jetzt kommt was anderes. Jetzt kommen die zweimal. Okay, jetzt mache ich hier keinen Schaden. Warum? Äh. Ich kann mir mal voll. Sicherheitshalber. Komm mal hier hoch. Ich glaube, die ist unter mir, oder? Nee. Da bist du. Autsch. Hm. Äh, ich glaube, ist die hier. Da bist du. Wieder kein Schaden. Toll. Oder was ist denn die Fälschung? Ah, ich glaube, hier sind Fälschungen. Okay. Das sieht so aus. Ich glaube, es ist die Richtige. Okay, du warst lächerlich. Sind wir noch nicht tot? Was? Hä? Was ist los? Okay, was ist denn jetzt los? Gibt es hier mehrere Hexen? Ah, ja. Okay. Heute erlegt. Hey. Okay, die war mega lächerlich. Die war richtig lächerlich. Wow, was? Das war alles. Holy shit, war die Lächerle. Und dafür gab es eine Trophäe? Was? Ernsthaft? Okay, das war der Pinwheel von Bloodborne. Alles klar. Ah, verstehe. Die Traditionen müssen bewahrt werden. Okay. Hab's verstanden. Das war interessant. Pinwheel 2.0. Okay, wir haben 18.000. Zeit, zurückzugehen. Geil, wenden dieses Gebiet. Den ersten Teil. So. Na, danke. Wie Level-Lupe. Level-Lupe. Komm, gib her. Äh, gib mal Stärke her. Geht knapp da vorne. Warte mal. Warte, warte. Ja, ja, ja. So, gut. Schnauze. So. Benutzen wir... Benutzen wir das hier. Ja. Und dann die nächsten. So. Ja. Wunsch, dann dich noch. Wo bist du? War das alles? Ah, nicht da noch. Gut. Schön. Na dann. Reicht das hier für zwei? Mal schauen, reicht das aus? Na, schade. Knapp dran. Okay, dann, äh. Dann Molotows. Jede Menge Molotows. Dankeschön. Tschüss. Und dann noch Eparion. Der ist immer noch nicht da. Okay. Okay, wie sieht sie aus? Uh, nice. Schön, aber jetzt habe ich kein Blut. Verdammt. Nicht gut. Aber der... Geschicklichkeit, okay. Ludwigs heilige Klinge. Hm. Das wird auch nicht schlecht. Macht eine Menge Schaden. Aber der könnte auch langsam sein. Ist hier was Neues? Könnt ihr das kaufen? Okay, interessant. Hm. Soll ich das kaufen? Ja, ne. Wir brauchen das jetzt nicht mehr. Oder? Äh, beim Gewehrspiel brauchen wir jetzt hier Zwilling, oder? Lass mal sehen. Zwilling, Blutstand, Sterbe. Okay, alles klar. Ja, und bis jetzt hier aus? Auch. Gut. Dann hier noch. Hab ich hier was Besseres? Feuerschaden. Das ist echt gut. Ja, dann lasse ich den Feuerschaden. Okay, was habe ich denn hier noch? Okay. 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 Hö, das darfst du aber kosten. Okay, ist ja scheiße. Habe nichts. Tja, okay. Hm. Geschicklichkeit. Hm. Okay, wir haben da plus 10. Okay. Da das alles. Na schön. Feuerblut, Edelstein, 3. Uh. Noch mehr Feuerschaden. Ja, geil. Ja, cool. Uh, wie nice. So, und wie sieht es hier aus? Okay. Alles minus. Na schön. Dann kommst du. Langsamer Gifteffekt. Was? Aber nicht von mir, oder? Spezialangriff. Gift. Eins. Ist aber nicht von mir, oder? Ich hoffe mal nicht. Hm. Na schön. Wieder ein bisschen stärker geworden. Schön, schön. Okay, das ist die Frage. Machen wir da weiter? Oder nicht? Hm. Hm. Wo ist Böcke? Aber hinter uns? Tö, tö, tö. Hm. So soll ich vielleicht mal die zwei NPCs versuchen? Aber da werde ich oft sterben. Vor allem beim zweiten. Hm. Konnte Talenbezirk, oder ist hier noch was Neues? Noch einmal kurz reden mit allen. Da wird sie auch einen Boss besiegt haben. Auch wenn der lächerlich war. Hm. So, wie sieht es denn hier aus? Ist alles gut? Ah, der Hunter. Das hier ist ein Sanker. Hm. Hm. Wenn du keine Sanker finden hast, nichts. Hm. Hm. Mal sehen, was ist eigentlich hier mit dem Kind? Was ist mit dir? Hm. Dann sind wir noch rum. Okay, gut. Tschüss. Weint immer noch. Wie sieht es bei dir aus? Okay, mehr Zeit. Alles klar. Immer noch. Mach du mal. So, wie sieht es bei dir aus? Grab unterhalb der Oedon-Kapelle. Ach, warte mal. Ach, warte mal. Wir müssen verarschen. Soll ich etwa... Ach, da wo der Pate war? Stimmt, das heisst ja auch Grab unterhalb. Oh, bin ich blöd. Weshalb ich das nicht früher bemerkt? Ich soll da hin. Okay, gehen wir mal da hin. Ich soll da hin. Okay. Falls es stimmt. Oh, so. Die ganze Zeit so offensichtlich. Mehr oder weniger. Und ich bemerke es nicht. Das Grab unterhalb der Oedon-Kapelle. Was ist denn hier los? Ist das hier wieder ein Boss-Time? Okay. Was ist denn hier los? Ist hier überhaupt etwas? War das falsch? Hm. Hä? Okay, wer ist das denn? Wer bist du denn? Na, du greifst an. Bist du, Henrik? Okay, du bist Henrik. Gut. Oder wer zum Topfen bist du? Okay. Der ballert ja ganz schön oft. Wer war das denn jetzt? Pass auf. Lass mich heilen. Shit, lass mich heilen hier. Halt durch. So. Shit, ich treffe dich auch. Nicht gut. Hm. So, ich stehe an ihn und du schlägst zu. Gut. Das war also Henrik. Na schön. Ehr bin ich. Danke, alles gut. Das war nicht notwendig von dir. Aber du hast meine Danke. Wir haben es mit unseren Leben gemacht. Wir haben es gemacht. Wir sind nicht schlecht. Du musst dann auch Gascoigne töten. Mhm. Ja, das stimmt. Aber versuche, deine Hand zu clean halten. A hunter should hunt beasts. Leave the hunting of hunters to me. Hm, okay. Bestätigung. Hm, interessant. Okay, Henrik. Hat der auch den Verstand verloren wie der Pate? Okay. Wir warten der überhaupt. Try to keep your hands clean. Leave the hunt... Hm, hm. Gut, mach du mal. Tschüss. Das war ja interessant. Okay. Hm. Haben wir das jetzt auch noch herausgefunden? Tja. Ja, der war verrückt. Hat direkt angegriffen. Okay. Ähm. Jetzt werde ich irgendwie nochmal zum Kind hingehen. Mal schauen, wie es dir geht. Aber andererseits. Äh. Halte das für eine Zeitverschwendung, weil nichts weiterkommt. Wenn nicht, die nur heulen und das war's. Hm. Okay. Okay, aber wer war denn Henrik? Sollte ich mal gerne wissen. Hm. Okay, da konnten ja beide angreifen. Das heißt, ich hätte mich auch entscheiden können, ob Henrik oder sie. Vielleicht. Hm. Okay. Äh, na schön. Ist jetzt hier wieder da? Mal kurz nachschauen. Und sonst würde ich eher mal die anderen zwei NPCs versuchen. Okay, wieder eine Meldung. Hm. Schön. Na, der Blitzhaini ist schnell. Macht aber... Na gut, ordentlichen Schaden. Etwa die Hälfte mit einem Schlag. Ist dafür schnell und hat da ein Schild. Ist ein bisschen das Problem. Du, aber ist nicht mehr hier. Okay. Hätte mich auch gewundert. Na schön. Äh. Ja. Gut. Machen wir das. Versuchen wir diesen Typen. Genau, mal schauen. Molotow bringt bei denen wenig. Das bringt mir bei bisschen was. Tja, ansonsten... So, doch jetzt vielleicht mal den Gewehrspiel testen. Wir können den ja jetzt noch weiter aufwerten. So. Was können wir tun? Einmal Nummer 4. So. Dann direkt Nummer 5. Gut. Und jetzt brauchen wir noch zwei Scherben. Alles klar. Gut. Na schön. Und wie sieht es gerade die aus? Hast du hier Henrik Zeug? Kein Henrik Zeug. Doch. Henrik Sega Mütze. Jäger Gewand. Okay. Interessant. Gib mal her. Schön. Tja, das war Henrik. Okay, dann. Wenn wir sie töten, würden wir dann sehr wahrscheinlich auch ihre Kleider bekommen. 110, 110, 80, 110, 40, 70, 110, 70, 150. Das wäre mal Blitzheine gut. Gut. Hm. Das ist hier bei allen so. Ja. Der wäre eigentlich gut gegen den Blitzheine. Hm. Nur mal für ihn. Für den Blitzheine. Gut. So. So sah der also aus. Hat man beim Dunkeln gar nicht gesehen. Ah, wenn er schön. Tja. Hui. Okay, wir haben hier 4300. Moment. Was haben wir denn hier an Gegenständen überhaupt? Äh. Da, da, da. Na, na, na. Okay, okay. Rufmesser, Kiesel, Blitzpapier. Hm. Okay. Hm. Tja. Komm, kann ich mal kaufen, aber nicht. Wirst du gar nicht da mehr kaufen? Hm, egal. Komm, wir haben alle drauf. Nice. Dann ein bisschen Heilung. Wird ich brauchen. Hutsch. Dann mal los. Versuchen wir's. Und bei der Farmrunde 2 wurde ich auch gespoilert, dass die einmalig sind. Einmal tot, dann bleiben die tot. Na schön. Aber dabei ist es ganz wichtig, den anderen nicht anlocken. Denn der andere alleine ist schon schwierig genug. Und wenn dann beide angreifen, dann kann ich auch gleich wegrennen. So. Versuchen wir's. Versuchen wir's. Wie viel Schaden mach ich da? Ja, nicht schlecht. Ja, das war scheisse. Richtig scheisse. Voll in den Rücken. Autsch. Ich muss hier weg. Shit, nicht sterben bei Wahnsinn. Nicht sterben. Nicht sterben. Das war echt scheisse. Wollte ich einmal testen. Das waren aber die falschen Gegner, weil dieser Wahnsinn scheiss. Der ist echt scheisse. Ja, da ist der Blitzhaini und wo ist der andere? Wo genau steht der denn? Äh. Hä? Wo ist denn da verschitten der? Ach da! Ganz unscheinbar steht der da beim Baum, da hinten. Okay, alles klar. Äh. Okay, aber sicherheitshalber. Machen wir mal hier diese Raben weg. So. Mann, lass den Scheiß. Scheißverkackter Rabe. So ein Shit. Hm. Wäre das ja doch besser, oder? Mal schauen. Mal schauen. Was ist denn hier? Wart. Ach, das war wieder so ein. Okay. Komm du mal her. Na los. Hm. Ja, nicht schlecht. Tja. Komm schon. Hehehe. Okay. Hehehehe. Hehehehe. Ha! Schön. Tja. Shit, 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 t-t-t-tö. Puh, das war knapp. Richtig, ganz knapp war das. So. Nö, nö. Ha, und stür. So, das war der. Ja, der war nur halb so schlimm. Aber der andere, der kann jetzt genau das, was ich auch konnte. Nein. Oh. Man kann vielleicht gar nicht die Waffe kaufen. Denn, ja. Hat mich auch gespoilert bei der Farmrunde 2. Dass man seine Waffe haben kann. Aber jetzt kommt der rechte Güble Gegner. Jetzt kommt der rechte Güble Gegner. Der ist richtig übel. Hm. Wie mache ich den? Der ist richtig übel. Jetzt hat er ja nur Normalsperr und so. Na schön. Na schön. Tja. Okay. Es ist auch scheiße, dass die hier unendlich schiessen können. Das ist echt beschissen. Das ist echt unfair. Richtig unfair ist das. Tja. Es ist echt richtig unfair. Aber wie. Sehr wie. Hm, hm. Ja, geh doch mal nach unten. Geh du weg. Hm. Okay. Nee, nee. Ich glaube, es ist echt scheiße. Weißt du das? Nee, nee. Tja. Tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen. Hui. So. Tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Tanzen. Tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen. Und ich habe die Kleider nicht gewechselt. Fällt mir gerade auf. Ich habe das Glück gehabt. Das ist ein Mist. Autsch. Oh shit, jetzt kommt der Scheiß. Doch nicht. Ah, das ist echt nervig. Und das macht so wenig Schaden. Ah, vergiss das. Das bringt nichts. Boah, der ist echt zum Katzen, der Typ. Richtig nervig ist der ja. Tö. Okay. Autsch. Kein schlechter Schaden mache ich da. Überhaupt nicht schlecht. Nee, nee. Ausdauer aufladen. Okay. Nee, nee. Oh shit. Bin ich runtergeplumst? Oh shit. Ja, der Scheiß könnt ihr auch tun. Holy shit. Autsch. Mann, das ist ein Scheiß. Okay, wir sind aggressiv. Ja, komm. Ich muss keine Angst haben vor dir. Nicht so wirklich. Okay, ich muss auch Angst haben. Und wie. Ich habe nichts gesagt. Das ist echt mega scheiße. Ach. Kann ich den zwar anlocken? Hallo. Da, was geht? Ich bin verwirrt. Das war eine geniale Taktik, nicht wahr? Richtig genial war das. Hm. So, komm her. Ah, so ein Mist. Hat wieder nicht geklappt. Okay, ich bin gerade auf eine Taktik überlegen. Ich muss den irgendwie in eine Falle locken. Moment. Ich habe gedacht, das ist ja hier. Kommst du her? Ja, komm mal her, du. Ha! Na, was geht? War nicht schlecht. Nur nicht so getroffen. Ah. Das könnte funktionieren. So. Nice. Nice. Ha, 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 ha. Ah, der ist endlich tot. Du Stück Dreck. Na, endlich. Und da gab es nur zehn Kugeln. Ha. Hätten wir diese zwei. Schön. Äh, Taktik hilft auch. Oh, gar nicht anklopfen. Mm. Oh. A hunt of beasts, are you? Hm. Glory be. You know not the value you possess. Aber was ist der Wunsch? Die Zeit der Nacht sind viele. Und die Wäste sind mehr als ich kann. Ein verletziger Hunt ist unendlich. Nichts Todes der Tod gibt es solace. Und der Blut imbibes dich. Hm. A most frightful fate. Oh my. But I'm willing to do you a kindness. Step lightly round to the right of the great cathedral. And seek an ancient shrouded church. The gift of the Godhead will grant you strength. Okay. Yes. I'm unquestionably certain. Mandelstein. Okay. Rechts an der grossen Kathedrale vorbei. Das heisst da wo wir gerade waren bei den Echsen und so. Da geht es zur Kirche hin. Okay. Danke. Noch etwas? Not even death offer solace. Hm. I seek you the ancient shrouded church. Hidden to the right of the main cathedral. Hauptkathedrale. The gift of the Godhead will grant you strength. Hm hm. Okay. Ist jetzt mal da wo wir gerade waren bei Hemvik. Da könnte es sein. Okay. Und kann ich hier klopfen? Geil. Hat sich gelohnt. Oh. A hunter of beasts are you. Der gleiche schon wieder. Glory pity. You've but lost the pity. The hours of the night are many. And the beasts more than I can count. A veritable hunt unending. Not even death offers solace. And the blood imbibes you. Mhm. Mhm. Okay. Das ist nochmal die gleiche. Toll. Alles klar. Wurde hier zweimal angesprochen. Und hier war noch der Typ. Der uns damals verschleppt hat. Okay. Und was ist denn hier unten? Wo geht es denn hier hin? Ah. Komm her. Komm schon. So. Hast du Brocken? Schade. Keine Brocken. Okay. Wo geht es denn hier hin? Äh. What? Wo bin ich hier? So. Okay. Okay. Sekunde. Erstmal müssen wir uns rächen. Der Typ der uns damals verschleppt hat. Na warte. Bist immer noch da? Bist du immer noch hier oben? Ja bist du. Du blöde Stück Dreck. Student 1 beim 7. Du bist vorne weg. Static. Na ich hab nichts zuغpett. Ich hab nichts verbeten. So gar nichts zugehentiht. Ich hab nichts negativ an Muss ja hier runter gehen, okay. Hui! Hm. Ja, nicht schlecht. So, komm mal. Hui! Okay, und jetzt komm ich ja... Ach was! Ach was, die scheiße Camper! Ja, was ist denn da? Damn chaos. Hm. So, halt's Maul. Hutsch. Hm. Okay. Der Typ wandert da so rum. Da hinten wäre noch etwas so interessant. Aber dafür müssen erstmal diese Typen weg. Hm. 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 Äh. Gut. Also theoretisch müsste das so hoch sein für seine Angst. Aber der Theorie bei Bloodborne nicht wirkt. Wird der mich sicher treffen nicht. So. Da hast du... ...ni Molotows. Hm. Okay. Ha! Ich hab jetzt nicht zu viel. Kann mal erwarten. Abwarten. Mach mal hier die schwere Attacke. Na los! Mach schwere Attacke! Okay. Haaaa! Hat jetzt geklappt. Hm. Hm hm hm. Hm hm hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. So, da hast du. Danke, ist aber nett. Schön, nice. Das ist ja schön. Gut aus, er meint bei Kirche das hier. Geht ja auch sein. Oh, da sind zwei solcher Viecher. Zwei solcher Viecher sind da, shit. Kann ich den anlocken? Kommt mal her. Ohne die anderen zu triggern. Ja, das funktioniert. Schön. Dann nimm mal das hier. Und das. Nene, nimm das. Und den Rest muss ich jetzt alleine machen. Den Rest muss ich alleine tun. Hm, schade. Außer vielleicht, macht das hier mehr Schaden? Kein Schaden. Okay. Hm, naja. Bring dich wirklich mal. What the fuck? Hey, du bist viel zu fett zum Springen. Lass den Scheiss. Du bist viel zu fett dafür. Fahrst du auch noch hier in der Höhle? Alles klar. Durch die Wand, durch. Hast du's mal? Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Du fett, glaubst. Ah, der haut doch bestimmt wieder durch die Wand. Bestimmt durch die Wand haut der mich. Böde, ein Stück Dreck. Hier, nimm das. Okay. Böde, ein Stück Dreck. Na, wie gefällt dir das? Hä? Komm schon. Nicht diesen beknackten Angriff hier. Hm. Okay. Ja, da hat der mich fascht. So, Stür. Geh weg. Puh. Puh. Das läuft definitiv besser als gestern. Heute ist wieder ein guter Tag für Bloodborne. Schön. Na schön. Zwei von denen. Erstmal die hier schnappen. Komm her. Shit. Gut, eins hätten wir. Zwei hätten wir. Schön. Nice. Vielen Dank. Schön. Okay, und was ist denn jetzt hier? Was soll denn hier sein? Hm. Blei-Elixier. Was ist das denn? Äh, Blei-Elixier. Bisschen Blei. Flüssige Medizin verändert Gewicht zur Abwehr. Es gibt ein Gewicht. Mess. Eine schwere, sirubartige Medizin. Verändert zeitweise das Gewicht, um das Abwehren von Angriffen zu vereinfachen. Vorsicht ist geboten, da auch das Bewegungstempo sinkt. Bei unveränderter Verteidigung. Das Rezept für dieses geheimnisvolle Gebräu ist unbekannt. Aber es wird häufig angenommen, dass es sich nur in den verzweifelten Albträumen materialisiert. Okay, toll. Und es sollte man Kleidung wechseln hier. So, es wird wieder Zeit dafür. Jägerzeug. Schau. 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 Ist er immer noch da? Am besten. Äh. Ähm. Boss? Das sieht stark nach Boss aus. Okay. Ich bin der König von irgendwas. Toll. Okay, was soll ich hier? Kein Boss? Hm. Okay. Tja. Kann ja nichts benutzen. Was ist denn hier los? Was? Nein, nicht der. Nicht du. Nein. Oh, Amidala. Oh, Amidala. Have mercy on the poor bastard. Das ist jetzt nicht aber das DLC, oder? Das ist jetzt nicht aber das DLC, oder? Oh, Amidala.